hallo und willkommen zu hunt showdown hellöchen mit den nächsten charakteren nachdem letzte runde relativ gut gelaufen ist jetzt wollen wir uns aber mal den meuchler vornehmen trotzdem aber vorsichtig sein auch wenn wir in einem großen gebiet sind weil ich hier bei dem blöden sumpfkack wieder anfangen ja das ist halt einfach die karte oder ja einziger sumpf eigentlich mag ich die karte ist atmosphärisch aber irgendwie für einzelspieler wärs richtig geil also multiplayer wo sich jeder überall verstecken kann ja so das wäre jetzt zufällig gewesen wenn wir wieder genau da irgendwas hunde oder sowas geht aber nichts gottes wenn das irgendeine tante hast du ja oder es hat reagiert aber irgendwie moment nicht auf uns oder ich hätte gedacht ich hätte nahkunftsangriff gehört doch ich dachte ich die tür gehört es kann ja nicht sein oder wo sollen die gespawnt haben ich würde weitergehen aber die die tante die wir uns 100 pro folgen nicht wenn wir hier lang gehen ja kommst du schon welche denn wo denn ich wusste die denn ich laufe einfach weiter laufen die richtige richtung die verfrügt uns gar nicht verstehe ich nicht ich glaube schon ja ja ich laufe jetzt nur mit der pistole erstmal um weil da kann ich im fernkampf kann ich gut um weil das ist ja die starke ist gleichzeitig habe ich fächern ach hier sind zwei stück von denen so da ist noch eine von denen ach du kacke nein dreh dich halt mal um ich muss den kopf sehen ich sehe einfach den kopf gerade nicht ne so aber der kirche haben wir lange nicht mehr irgendwie ein boss gegner gemacht früher war das immer bei der kirche irgendwie das weiß ich noch da waren wir so oft bei der kirche hier und jetzt hier ist ein item box so ich bin voll oh ja gesundheit war das noch nicht ganz gemütet doch doch aber ich hab dich ja komm hier rein komm hier rein perfekt äh der hinweis ist aber irgendwie da hinten hä ich mag die kirche nicht mit dem hinweis gesuche das sind auch zwei einer muss weg warte du läufst hin okay ich versuche mir aufzudenken hä sollte erregelt gar nicht ah jetzt geht er zurück warte vielleicht kann ich mich vorbeischleichen er kommt er kommt auf mich ja 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 ich hole schnell ich habe aber auch schüsse ja aber die waren relativ weit weg aber wir sollten jetzt weiter gehen ja ich mag es irgendwie nicht ach lol die hunde also die schüsse sind doch schon mal schauen wir hinter dir an die hunde ja bisschen links halten dass ich hier in die richtung ist mal also ich würde jetzt hier echt also wir laufen gerade echt richtung schüsse also ich würde echt ja wir müssen aber auch in diese richtung also ja aber nicht dass wir uns auch entgegen laufen ups sorry so ja vielleicht haben wir ja Glück und erwischen die im wasser ja irgendwie sowas erlebendes aushalten ne ja andere leute nur beim vorbeilaufen oh wenn ihr halt das so mitten im wasser stehen würden ach das ist voll vollkommen ohne deckung und so naja das wäre schon nice ja wahrscheinlich trennst du sich an trotzdem um boah die schüsse sind nah vielleicht kämpfen die schon gegen schlechter also das geschüsse sind ja hier in dieser richtung oh ja die sind echt nah die sind richtig nah da ist ein feuer teufel oh da ist ein hund gespawnt das ist jetzt komisch ja vielleicht sind sie in der dockding da drin habe ich endlich mal ein snipper ok ist da ein hinweis ja bei dem dockding ist ein hinweis ok dann müssen wir fast hin dann hätten wir den letzten hinweis für den schlechter beobachte den da hinten ein bisschen vielleicht wenn der mal ausrastet aha grad irgendwie ein mieses Gefühl bei der Sache hier wieder das ist wieder auch dieser Kack-Sumpf-Gebiet-Kacke oh nein Hund 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 komm zu dir tot der andere interessiert das ja nicht der andere interessiert das ja nicht ich hole das eigentlich auch grad andere reagiert nicht okay ich will es mir gar nicht krass sagen ja wir müssen da rüber irgendwie wow ok krass irgendwo hier würde ich sagen hier ja die ballern denken wir auf Monster wahrscheinlich Monster äh Hund 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 wo wo was gut sagt krass musst du dich heilen ja 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 um ja ja Wir müssen voll drauf zu gehen, ne? Ja. Ich versuche die Vögel nicht aufzuscheuchen. Oh Gott, das ist aber gefährlich, ne? Hier ist rumschleichen. Ja, jetzt lauf mal wieder. Ich wollte nur die Vögel nicht auf... Scheiße. Natürlich, wir sind fetter. Hä? Achso, es ist aber ein Monster, was kurz aufgesprungen ist. Der Hinweis ist da drin, vielleicht kann man durch die Tür gehen. Oh Gott, das war... Wo ist der Kack-Hinweis? Das meinst du drüber? Pass auf nicht, dass sie hier irgendwo eine Ecke hocken. Der ist nicht rot. Ja, dann holen wir schnell. Aber er ist... ...offen. Also da war schon hier jemand. Aha, und der ist wahrscheinlich auch hoch gerannt. Alter, von ganz unten ganz hoch rennen, ey. Alter, dein Revolver ist so lang, das ist der Wahnsinn. Das heißt, wir werden jetzt hinter anderen Leuten... ...herrennen. Ähm. Oh, es wäre halt so geil gewesen, wenn wir gleich mal im Schlechter gewesen wären. Soll ich ein Dynamit reingeworfen? Ja. Soll ich mir das Schufeln drauf und wegwerfen. Haben wir natürlich nicht das Glück, wenn ich die Dynamit-Stange dabei habe. Hunde. Vielleicht nicht aufschrecken oder sowas. Ich weiß nicht, wo die sind. Links und rechts vor uns gefühlt irgendwo. Ach, das ist die Stelle. Direkt vor uns? Ach Gott. Ja, vor uns. Wir müssen mal ein bisschen links gehen. Oder? Ja. Und dann von links nach oben. Hast du grad Wasser gehört? Das war links, das Wasserviech. Boah, die Schüsse sind nicht so weit. Die sind hier aber ein bisschen weiter weg. Das heißt, die sind ein bisschen weiter gelaufen. Ist hier im Wiech? Ja. Kann man vielleicht getrost ignorieren? Boah, ja. Naja, vielleicht doch lieber nicht. Bevor die uns noch irgendwie aufgeschreckt hier. Sie sind wahrscheinlich bei der Sägemühle. Ja, wie ist es wahrscheinlich. Ich glaube schon mal ein Ticken weiter. Hä? Was? Ja, weil die nicht verrückt ist gerade, weil ich da unten nebengeschmissen habe. Boah, ja, die kämpfen wahrscheinlich schon gegen den. Ja. Ist hier denn überhaupt bei der Sägemühle? Ja. Ja, dann müsste man normalerweise sagen. Ich finde es aber auch gerade ein bisschen komisch, dass, äh, beim Assassin wieder nichts passiert. Ja, das hat schon gesagt noch. Wie machen wir das jetzt? Ah, das hört sich stark. Also, diese kontinuierliche Schießen hört sich stark nach Ding an. Ködergranate. Oh, ich habe Raben aufgeschreckt. Sorry. Das war schon ein Hit. Ja, vielleicht haben die das angeblich bekommen. Ich sehe es schon irgendwo von oben. Sonst ist ein Sniper Schuss oder sowas. Eine Patronne nehme ich mir halt. Wie machen wir es denn? Sollen wir direkt angreifen, oder? Bevor es zu spät ist, hier nicht durchlaufen, weil da ist Glas vielleicht da, rechts rum? Sind da Hunde drin? Ne. Das hört sich aber echt nach Schrotflinde an, ganz ehrlich. Also, boom, boom. Ah, da können wir auch nicht lang laufen. Das ist ein Vetter und eine Frau, Frau. Shit. Das hört sich immer nur noch einen an, ne? Ach, das ist so... Ich aim oben die Fremse nochmal auf. Das ist so regelmäßig, ich vertraue dem nicht. Das ist eine Ködergranate. Das ist viel zu regelmäßig. Nein. Hat er irgendwo von drinnen reingeschossen, oder sowas. Ja. Das ist doof. Ja, sollen wir uns jetzt, sollen wir da angreifen? Irgendwie rein? Bevor sie das verbannt haben? Ja. Also das ist unbedingt, dass ich hier jetzt für campen will ich jetzt nicht. Ach, hier ist die Frau. Da ist die Treppe. Wo war denn der drin ungefähr? Direkt über uns, oder? Glück gesagt, ja. Ja, die Frau, ich... Geh auf dich. Oh, Mann. Wieso? Nein! Das ist auf mich gegangen. Wieso? Dieser war ewig zu weit weg. Ich verstehe das gerade nicht. Wenn... Wenn der jetzt auf mich schießt, bin ich tot. Ja, ich habe wieder voll Leben verloren. Ich muss mich an. Wie ist die jetzt auf uns gegangen? Ich verstehe das nicht. Ich habe gedacht, ich kann mich vielleicht verstecken vor den Insekten, dass sie vorbeifliegen, aber... Ja toll, jetzt weiß er, dass er da ist. Ja, ja. Das sowieso. Ja, da kannst du... Bist du voll? Ja. Ja, ja. Weil dann nehme ich die Schrotflinte in der Herze und dann gehen wir einfach rein. Was soll's? Was haben wir? Was sollen passieren? Ja. Ich nehme meine Bornheim. Das hat sich schon fast so angehört, als wäre eventuell alleine sogar. Außer der andere ist halt irgendwie nicht geschossen. Ich weiß aber nicht. Wollen wir irgendwie uns aufteilen? Oder wollen wir in die gleiche Dinge reingehen? Ich gehe jetzt hier rein. Wo bist denn du? Ich komme zu dir. Oh nein. Ja, gut. Ich bin drin. Aber ich... Es sieht ja nicht so aus, als wäre hier gekämpft worden. Nee, ich sag... Keine Ahnung wo... Hä? Falsches Gebäude. Ich muss kurz Wurfmesser machen. Aber da hinten können wir oben reingehen, eventuell. Ja, dann am besten laufen. Alter. Hä? Bin ich bescheuert? Wo sind das? Ich finde das nicht. Hä? Ist es über uns irgendwo? Unter uns? Wirst du da behindert? Das nervt mich gerade ein bisschen. Schnell bevor der die Sicht hat. Jetzt 98. Wir müssen rein. Einfach nur rein. Scheiße. Aber alleine, wie es ausschaut. Ja, da ist... Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Was? Also ich habe eher gesprungen. Ich werfe dich nur mit rein. Ja, macht das. Ich versuche mal zum Lachvort oder so was. Hier ist ein Tor. Durch die Wand. Mit der Sparks. Ich komisch. Er sieht mich, aber ich ihn nicht, oder was? Fuck. Ja, durch dieses Tor, wo du gerade hinguckst. Pass auf nicht, dass es ja auch ein Headshot gibt. Verstehe ich aber nicht. Das ist wieder so, weißt du, ich stehe ja mit der Schrotflank einfach random irgendwie vielleicht durchschießen oder sowas. Dein Körper brennt, dir hat das Tor aufgemacht. Weißt du, irgendwie... Hast du eine Erstickungsbombe? Ja. Super. Aber er rennt rum. Stimmt, das ist eigentlich ein bisschen beneblig. Da könntest du eigentlich eventuell... Ah, okay, jetzt ist es offen. Er macht zu. Ich könnte eventuell Blendgranate reinwerfen. Ja, genau, mach. Der steht wieder vor, direkt vor Tor. Ich sehe es schwarz. Also, Blendgranate reinschmeißen. Einfach in die Richtung vielleicht oder so. Nee, der ist sicher. Aber spiel einfach. Jetzt. Ah. Ah. Loll. Dir geht das sofort. Was ist denn das für ein Chaos jetzt gewesen? Genau davor hattest du Angst, ne? Genau. Der disst dich, weil er immer das Tor auf und zu macht. Was? Pass auf, der hat eine Spark... Der hat da rechts... Wow, das war knapp. Der guckt da durch den Schlitz, geht da nicht rein. Versuch, anders reinzukommen oder sowas. Der hat dich da voll unter Kontrolle. Lasst es. Ignorier mich. Scheiß drauf. Vergiss mich. Jetzt erstmal. Er hat wieder aufgemacht. Hast du noch Dynamite oder sowas? Was in die Richtung geschmeißt? Rampstum. Der hat dich leergeschmissen. Das ist die Hoffnung. Hattung! Ja! I love you. Boah, dass er beim E-S rausgekommen ist. Ja, das war Lack. Lack, was ich wurde, solange. Keiner hier. Ich hole mir die andere Beute. Puh! Ja, das war richtig eklav, weil er wahrscheinlich hier gehockt hat. Ich habe am Tor geguckt, ne? Aber ich glaube, dass er hier... Hä, wo ist denn der Schlitz jetzt? Ach ja. Ja, er hat irgendwie kaum... Wahrscheinlich hier halt zugemacht. Aber hallo, wie hat er denn... Hier? Ja gut, da sieht er mich schon besser. Er sieht mich da schon besser, wie wenn ich von außen reinguck. Ich dachte, ich sieg das ganz gut und dachte, ich wollte eben auch mit der... Einfach durch die Wand schießen, aber da war ich sofort tot. Dass er halt wieder direkt Headshot gemacht hat. Aber Assassine wird an nichts gemacht gerade, ne? Wollt grad sagen, ich darum... Das ist... Ich belege gerade echt. Oder wir versuchen echt mal wieder den ein bisschen hochzupuschen auf den Charakter. Aber wir sollen jetzt nicht hier lang rumgammeln. Wenn wir jetzt den anderen noch killen? Achso, ich müsste mich mal heilen. Ich heile mich schnell, ne? Ich nehme die Spritze her. Ach, ich... Ich... Schau mal kurz. Nichts. Wart, da drin... Ach, halt. Achso, ich habe die Leiche gar nicht durchsucht gehabt. Hast du gerade die Rabenbänke gescheucht? Ja, ich glaube schon. Gut. Wo waren das jetzt hier, oder? Nee. Wo waren das jetzt? Da ran. Ich habe die Leiche nicht durchsucht. Aber wer einfach drin geblieben, dann... Wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Ja, der war aber ein Premium-Spieler, also so ein Premium-Spieler, der hatte so ein Premium-Charakter. Oh, okay, krass. Habe ich gerade gesehen. Ja, dann rennen wir mal in die Richtung. Das Ding ist halt jetzt, ich habe jetzt ein Balken weniger. Aktuell. Und ich habe eh drei große gab. Also ein größer fehlt. Das war das. Achso, lol. Das muss ja jetzt die Sicht aufheben. Ah, da oben wäre Heilung gewesen. Ja, macht ja nichts. Das war mir jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also einer muss ja die Sicht aufbrauchen für die Hinweise. Hm, stimmt. Das mache ich. Ich habe noch drei. Du hast fünf, oder? Hm. Gut, dann schau ich regelmäßig. Was ich nicht? Ja, ich konnte nicht so schnell auswählen. Das ist gerade ein bisschen komisch. Er war alleine. Ja, und das ist... Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Also, ist mal Glück gesagt, vielleicht haben wir ja Glück und es ist so ein relativ leerer Server im Gift. Ja, habe ich auch schon überlegt. Habe ich auch schon überlegt. Aber wir hatten schon oft, weißt du es noch, wo wir irgendwann schlechter gemacht haben. Und dann plötzlich wollte man einen Assassin noch machen. Und dann ewig lang, dann plötzlich waren ganz, ganz viele da. Und zwar auch das kleine Gebiet. Aber ich würde es fast versuchen irgendwie. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ich muss sagen, ich habe jetzt generell eher ein gutes Gefühl bei der Sache. Aber kann natürlich auch sein. Ja gut, das ist jetzt natürlich, weil ich schon gestorben bin. Ne, ist das jetzt für mich? Warte, wir müssen eh darüber. Aber irgendwie müssen wir darüber, ne? Hey, geh laufen. Ich schaue jetzt einfach nochmal ganz kurz. Genau. Ja, geradeaus einfach. Da ist der erste. Bei 75. Ja, da in dieses Gebiet. Ach, da haben wir ja vorhin gekämpft, ne? Naja, stimmt. Und in der letzten Folge haben wir da gekämpft. Und fünf Kills gemacht. Also wer es nicht gesehen hat. Oh yeah. Oh yeah. Äh, lol, wir sind schon bei ihm. Perfekt. Was? Also mir wird es noch nicht angezeigt. Doch, bei mir pocht es. Echt? Bei mir pocht es nicht? Doch, bei mir ist gerade weiß. Oh, ihr pocht. Und hört, du hörst ihn doch auch. Ja, jetzt höre ich ihn ja, bei mir pocht nichts. Bei mir was weiß pochen. Immer noch, oder was? Ne, jetzt nicht mehr. Aber wenn ich es wahrscheinlich wieder reinlaufe. Vielleicht funktioniert das nicht. Was, du, das? Ja, ja, ich habe ja auch gemacht. Oh Gott, ich höre doch. Das ist jetzt pocht es. Hier ist auch, hier ist offen. Hier ist offen. Hier ist offen. Moment, ist komisch. Weil dann müsste jetzt jemand, wissen, dass es hier der Meuchler war. Ich wollte gerade sagen. Boah, ist das jetzt behindert. Aber bei mir pocht es bei dir immer noch, oder was? Ach so, wenn ich eh drücke, dann pocht es. Ach, das ist nur in der Schattensicht verfügbar. Pocht es weiß? Oder weiß pocht es, ja. Ach, und jetzt verstehe ich das auch. Weil die haben irgendwas geschrieben, dass das nur den, äh, dem gilt, der in der, also der, die, also hier in dem Modus ist, aber so, wenn, hattest du jetzt noch Sichten, also diese? Ne, 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 ne. Gar nichts. Ach so, okay. Möchtest du mal kurz schauen? Genau, ich kann eigentlich mal gucken. Warte, gut. Aber gut, wir wissen ja, dass wir da sind, also. Ja, ich möchte, glaube ich wissen, nö, ich sehe nichts. Gut, dann komm. Weil es pocht auch weiß bei mir, also heißt es. Warte, ich mach dran. Immer noch was. Ich mach schnell die Pistole in die Hand, ist mir grad lieber. Ich hab wieder hier, eigentlich, fast hart. Ich mach zu. Oh. Voll erschrocken gerade. Holy shit. Alter, das nach Land, aber der ewig. Wow, 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 wow. Der läuft mir hinterher. Achtung, er kommt. Boah, ich bin fast tot. Holy shit. Der hat mich so heftig erwischt gerade. War hier nicht irgendwo leben. Vorsicht, Vorsicht. Wow, shit. Alter, ich hasse ihn. Wie die Pest. Wow. Alter, der macht echt viel Schaden, das. Das ist übel, Alter. Ich bin fast verrückt. Ach so, ja klar. Weil ich ja eh schon so wenig Leben hatte, ne? Ah, mhm. Wir haben hier nicht irgendwo live. Das ist klar, dass du es wieder unterm Kampf nicht findest, ne? Gott, das wird erst unten. Wenn er mir das Strohflin erwischt. Ach, das war so ein Schatten-Ding. Ich brauch unbedingt Leben. Oh, scheiße. Wenn du es siehst, bitte. Oh, scheiße. Kannst du noch mal ganz kurz schauen, ob noch Leute in der Nähe sind? Oder warte ich schon mal kurz. Nee, ich hab das Leben gefunden. Kannst du... Wo ist der? Oh, der hat der zwei. Scheiße. Also ich sehe wieder gerade gar nichts. Oh, ist das fucking Leben gewesen, ey. Wo ist die Muni? Hier war doch die Muni irgendwo. Ah. Er hat mich erwischt. Au. Ich muss Blutung stoppen. Halt, ich verreck echt gleich. Ohne Witz. Ich bin froh. Hallo, hier war doch noch... Nein, doch noch nicht. Ich muss mich jetzt. Ich finde die... Ah, da ist die Heilung. Oh. Alli, wie versteckt. Oh, ich bin geheilt. Oh, Gott sei Dank. Hinter dir? Hä? Blut noch nicht? Nein, daneben. Ah, weil er eine Millisekunde nur da war, ey. Komm, 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 komm. Ach, Munition hier. Ach, der ist hinter dir. Oh, nein, 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 nein. Das gibt's doch jetzt nicht. Der hat nicht mehr viel. Komm schon, jetzt laden halt nach. Der hat nicht mehr viel. Ja, ich hab mal gedacht. Der taucht gerade nicht mehr auf irgendwie. Ich lauf den schon hinterher, die Erze. What the fuck? Jetzt, meine Güte, die ganze Zeit greift er mich an und jetzt? Oh, danke dir. Ja, ehrlich. Oh. Oh, was für ein Arsch. Hä, der lebt noch. Nein, nein, er macht nur gerade letzten Angriff so. Lol, ich hab jetzt. Ich verbanne. Oh, ich hab wieder volles Leben. Oh, geil. Geil, 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 geil. Irgendwie die Munition hier noch? Ja, oben, Mann, Muni. Ja, hier hab ich eins. Die hab ich schon. Hm. Hey, die hab ich auch schon. Dann hab ich die genommen. Hä, oben war zweimal. Ach, jetzt wird's mir nicht mehr angezeigt, ob's weiß pochte. Das hast du mal. Lange und Muni. Ich weiß nicht, ob du die schon hast. Ja. Blöd. Ich glaub, hier unten hab ich schon alles. Ja gut, ich muss hier halt mit meinem Gewehr jetzt rumlaufen. Dann gammel ich jetzt in der Ecke wieder. Du bist da? Verwachst die... Ich da mal. Ja. Ja. Nur irgendwo war ne Leiter, das hab ich genau gesehen. Oh, kann ich hier die Fenster zumachen? Ah, da ist aber auch ne... Kannst du noch mal kurz gucken? Hast du genug eigentlich? Mhm. Nö, ist nix. Also eigentlich, kann man gechillt. Interessant aber jetzt irgendwie, ne? Also ich glaub auch... Achso, nee, lieber nicht verschreien. Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall. Kann ich hier irgendwie... Oh. Nimm es gar keinen Fall verschreien. Aber da wär auch gleich ein Ausgang. Das wär aber mega nice. Oh, ja. Ein Gegner dann. Mälder war nicht. Schau nicht aufs Fenster raus. Ich sag's, das wäre so typisch, weißt du? Oh ja, das ist gut. Ich habe es noch ein bisschen verteilt, mal schauen. Aber das ist jetzt nur Geräusche, oder? Falls ich auch so ein Lauf, macht das nicht. Vorher, nur Feuerwerk. Vor dem anderen Haus, nee, da traue ich mich fast nicht so. Da hatten wir jetzt auch Glück, dass wir gleich den gefunden hatten. Naja. Gleich den Ausgang... Das ist ganz komisch. Oh Gott. Aber ich bin, ich will dann echt einfach nur raus, ne? Das ist mir irgendwie viel zu Respekt. Also das ist, wenn wir die haben, einfach nur raus. Ja. Ich schau nochmal, weil wir eh neu kriegen dann. Stapelt sich das eigentlich? Ne. Ne. Ich seh aber nichts. Ich seh aber nichts. Krass eigentlich. Ich seh aber noch nichts. Ist vorbei. Wo ist denn der? Unten oder oben? So. Vom Fenster weg. So. Und raus. Raus. In Richtung... Ist da eine Falle? Ne. Doch, nur. Ganz unten. Ja. 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 Okay. Äh. In Richtung... 40. 45. 30. 30%. 30 hier wäre heilung er war ja nicht krass aber ich habe mich gerade angeschossen ich habe den hinter dir angeschossen abgeschossen weil ich habe nur einen schuss gehört und dann habe ich leben verloren ich habe das fiege hinter dir gekillt du bleibst mutig im wasser ein bisschen gucken ich verstehe es nicht ich will da war gar nichts zu schreien jetzt hey lol hast du jetzt gekillt ich glaube schon als ich hatte mal so gut war ich aber das genau umgekippt wo ist denn jetzt der ausgang ich muss sagen das visier schon gar kann man richtig geile headshots machen ne also das also die wetterlie mit adlerauge die ist ich muss sagen das visier fand ich musst du gleich ausprobieren dann mache ich mal mache ich mal das also das werde ich mir mal mehr weil die wetterlie ist also ja coole waffen ja ja das habe ich dir ja gesagt dass es da anscheinend doch noch ein visier gibt was uns doch haugen könnte was ich eigentlich ausprobieren wollte und jetzt hast du es eigentlich du ausprobiert ne lustig ich finde es krass dass wir mit beiden beuten ein gegner ist uns entgegengekommen ganz komisch aber wir haben jetzt ja obwohl es geht glaube ich also blutpunkte wahrscheinlich wird es um futze ja blutpunkte ganz wenig aber äh nee was mein spiel ist abgestürzt gerade äh nicht dein ernst handcrash has stopped working mann boah weh du hast jetzt die erfahrung bekommen boah weh alter naja ich bedanke mich mal fürs zuschauen und die runde ist drin die bonus jetzt nicht äh danke fürs zuschauen und bei mir mal tschüss ja bei mir läuft so bis hin Vielen Dank.